Hallo, ich bin Nico von der Ikunenschmiede und ich zeige bildenden Künstlern, wie sie mit authentischer Selbstvermarktung endlich erfolgreich ihre Kunst verkaufen. Herzlich willkommen zum Kunstverkaufen-Podcast, dem Podcast, bei dem du als bildender Künstler endlich verstehst und lernst, wie du erfolgreich deine Kunst vermarktest und schließlich auch verkaufst. Und in dieser 154. Episode des Kunstverkaufen-Podcasts werden wir ein bisschen was anderes machen. Wir gehen ein bisschen anders heute ran, denn ich habe mir gedacht, wie wäre es, wenn ich einfach mal das, was ich hier so mache, auch mit dem Kunstmarketing, einfach mal in Verbindung ziehe mit dem, was wir über die bekannten Künstler, unsere Gegenwartskünstler auch wissen. Vielleicht auch den einen oder anderen, der bereits verstorben ist. Einfach mal darauf einen Blick zu werfen und zu schauen, wie kann ich daraus lernen, auch als Gegenwartskünstler. Denn ich habe gestern auch mal eine Nachricht erhalten von einem Künstler, der meinte, dass eben seine Kunst wahrscheinlich nach seinem Tod deutlich mehr wert sein wird. Deswegen, ich möchte euch gerne davon abhalten, dass ihr solche Glaubenssätze euch als Wahrheit irgendwie einprägt, denn das wird euch nur davon abhalten, wirklich euren Weg zu verfolgen. Dann habt ihr nämlich auch Ausreden und dann ist natürlich die Arbeit auch nicht so gut, als wenn man sich sagt, ganz oder gar nicht. Und genau so machen wir das auch in der Ikonenschmiede Akademie, ganz oder gar nicht. Da kannst du dich anmelden bzw. bewerben und dort lernst du Schritt für Schritt in Lektionen, wie du endlich erfolgreich deine Kunst vermarktest und schließlich auch verkaufst. Mit der Möglichkeit, zweimal die Woche mit mir im Livestream hier deine Fragen zu beantworten. Also es bleibt nichts unbeantwortet, damit du auch endlich erfolgreich deine Kunst vermarktest und verkaufst. Wo findest du das? Ikonenschmiede.de-akademie. Dort kannst du alles weitere dazu durchlesen. Ansonsten, wenn du mal Fragen hast und irgendwie einen Tipp oder so oder Kritik, das habe ich auch gerne, dann kannst du mir gerne schreiben unter atikonenschmiede auf Instagram. Freut mich natürlich immer wieder, wenn ich mir in Kontakt trete mit Künstlern, wie du es bist. Dann kann ich eben auch nur wirklich bedeutungsvolle Kunst, nein, bedeutungsvolle Arbeit leisten für Künstler wie dich, weil dann weiß ich auch, was dich beschäftigt und dann kann ich auch darauf besser eingehen. Heute geht es aber mehr genau darum, diesen ganzen Mythos auch mit dem Mythos aufzuräumen von der Künstler, der nach seinem Tod endlich den Reichtum erlebt und findet, den er sich gewünscht hat. Das ist natürlich nicht so die Idealvorstellung, das ist ja so, wann soll ich mich erschießen? Morgen? Deswegen gehen wir da heute ein bisschen strategisch auch vor und schauen uns erstmal so die Künstler an, die ich hier auch mir ausgesucht habe für dich. Und zwar Damon Hirst, Jeff Koons und Andrew Vicari oder Vissery. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie der ausgesprochen wird, der Letzte, aber der Letzte wird dir ein bisschen die Augen öffnen. Vielleicht kennst du den, vielleicht kennst du ihn nicht. Ich glaube eher nicht. Kennen nicht so viele. Ist aber auch ein sehr, sehr wohlhabender Künstler. Und deswegen beginnen wir natürlich mit der Nummer 1. Damon Hirst, eine Milliarde Dollar schwer, wobei ich glaube, dass Gerhard Richter jetzt mittlerweile auch da ihn abgehängt hat. Damon Hirst hat ja auch den sehr, sehr krassen Wertverlust erlebt auf der Kunstbranche. Warum ist das so? Natürlich, weil er die Galerien umgangen hat und weil er das Kunstsystem, diese Kunstbranche so ein bisschen gegen die Wand hat fahren lassen, indem er eben seine Kunst selbst hat versteigern lassen. Also darauf kommen wir jetzt noch zu sprechen. Aber Damon Hirst ist halt genau die Figur, die zeigt, dass der Kunstmarkt an sich schon ein bisschen löchrig ist und man selbst auch die Möglichkeit hat, sehr, sehr reich zu werden und sehr gutes Geld zu verdienen als Künstler, was jetzt nicht unbedingt das absolute Ziel sein sollte. Das Ziel sollte natürlich sein, bedeutungsvolle Kunst zu schaffen für Menschen, denen du halt auch gerne diese Kunst widmen möchtest. Und dafür solltest du halt auch vernünftig entlohnt werden. Beim Damon Hirst, eine Milliarde Dollar schwer, der wurde vernünftig entlohnt. Für seine Themen, die halt immer wieder auftauchen, so Tod, Geburt, ja, so und Geschlecht, glaube ich, hat er auch mal genommen oder sowas. Ja, das sind halt immer dieselben Themen, ne. Das ist ja auch in der Kunst wird ständig bearbeitet. Tod, Geburt, Liebe, mh. Ja, und deswegen hat er sich gedacht, das mache ich ein bisschen anders. Da nehme ich dann einfach mal so eine Kuh mit ihrem Kalb und das schneide ich in ein Stückchen und dann werde ich das in Formaldehyd einlegen und dann zeige ich das den Leuten, dann schauen die blöd. Und genau das hat er auch mit dem Hai gemacht, den hat er dann irgendwo dann auch ausgestellt. Hier mal, dort mal und vor allem auch mal in einem Ausstellungs-, also in einer Ausstellungsfläche, in so einem, ja, in so einem Schaufenster. Und das hat natürlich dann medial unglaublich viel Aufmerksamkeit und sehr viel Aufruhr auch geschaffen. Wer hat ihn dabei unterstützt? Charles Saatchi, Charles Saatchi seines Zeichens, eine Marketing-Koryphäe, ein wichtiger Marketing-Titan aus der frühen, aus den frühen 70ern. Ich glaube, in den 70ern hat er dann auch seine eigene Agentur mit seinem Bruder Maurice Saatchi dann auch gegründet. Die hieß dann Saatchi und Saatchi. Hm, wer hätte das gedacht? Und dann hat er was Eigenes dann nochmal gegründet und zwar M&C Saatchi, also Maurice und Charles Saatchi, Agency wahrscheinlich. Und die sind auf der ganzen Welt auch aktiv. Ich glaube, er ist so seit 2008, ist jetzt nicht mehr so aktiv auch in diesem Marketing-Wesen, weil es gibt ja auch diese Saatchi Gallery und Saatchi Online. Ich weiß nicht ganz genau, wie tief er da dann auch drin ist, ob er einfach nur Gesellschaft da ist oder irgendwie aktiv auch mitwirkt. Aber auf jeden Fall tragen diese Firmen eben diesen Namen und er versteht ja auch was zum Marketing. Und er hat sich dann bei einer Ausstellung, wo er dann auf Damon Hirst irgendwie aufmerksam wurde, ist er da hingegangen, hat sich dann ein bisschen mit dem unterhalten, hat gesagt, so du, was du da machst, das ist richtig cool, ne? Und sein Marketinghirn hat angefangen zu rattern. Oh, das können wir richtig geil inszenieren. Hat dann das natürlich auch gemacht. Hat dann erstmal zwei Werke von ihm gekauft für einen fünfstelligen Betrag und danach dann auch noch ein paar andere, ne? Hat so eine schöne Sammlung dann auch sich aufgebaut von Damon Hirst und seinen Werken, bis sie sich dann halt irgendwie zerstritten haben, wie es halt immer so ist in der Kunstbranche, ne? Oder auch in Hollywood. Irgendwie ist das alles gleich. Und ja, dann hat er erstmal begonnen, das alles spektakulär zu inszenieren. Also erstmal das im, ja, in diesem Schaufenster und wurden natürlich Ausstellungen damit dann auch organisiert und so weiter und so fort. Also das war halt schon mal ein guter Anfang, ne? Also Damon Hirst hat dann auch schon die Aufmerksamkeit von Überseerheiten. Also es gab dann so viele Hedgefondsmanager, die dann auch gesagt haben, ja, finde ich toll, diesen vergammelnden, in Formaldehyd eingelegten Heide möchte ich haben, schicke ihn mir rüber nach New York. Ich frage mich bis heute, wie die das Ding da rüber geschippt haben. Aber auf jeden Fall ist es wichtig zu sehen, dass er irgendwann mal die Entscheidung getroffen hat. Hey, ich habe keinen Bock, das über diesen traditionellen Weg zu machen. Diese Galerien stellen sie mir ständig in den Weg. Die haben ihre eigene Politik, ihre ganzen ungeschriebenen Gesetze und da habe ich keinen Bock drauf. Und dann hat er sich gedacht, 2008, ich umgehe jetzt einfach diese ganzen Zwischenhändler und verkaufe jetzt einfach mal in einer zweitägigen Auktion bei Sotheby so meine Werke aus meinem Atelier heraus. Wie viele? Sagen wir mal 287. Und hat dann 172 Millionen Dollar einfach mal da mitgenommen. Nicht schlecht, gutes Taschengeld. Kann man gut davon leben. Damon Hirst ist einfach bewusst drumherum geschlittert und hat gesagt, Nee, Galeristen, ihr könnt gerne zuschauen, wie ich mein Zeug verkaufe, aber ich mache das lieber selbst. War natürlich nicht so toll, fanden natürlich die ganzen Kunstexperten nicht so rosig, weil er dadurch natürlich den Kunstmarkt so ein bisschen in Frage gestellt hat. Das hat diese ganze autoritäre Struktur, die der Kunstmarkt hat, auch ein bisschen ins Wanken gebracht und hat sich gedacht, ist das denn überhaupt notwendig, dann überhaupt noch in eine Galerie zu gehen? Ist denn überhaupt noch eine klare Trennung zu sehen zwischen Primär- und Sekundärmarkt? Ich sage Nein. An der Stelle ist es wahrscheinlich deutlicher geworden mit der Geschichte von Damon Hirst. Aber an der Stelle muss man halt auch für sich selber auch wahrnehmen, dass halt deswegen er auch in unterschiedlichen Publikationen, ich glaube Art Review Journal oder wie die ganzen Magazine heißen, in denen dann halt irgendwie gesagt wird, das ist gute Kunst, das ist schlechte Kunst, die Kunst kostet 100 Millionen. Dort wurde dann über Damon Hirst natürlich nicht so toll geschrieben. Die haben dann gesagt, das ist so schlecht, das ist so unkreativ, das wollen wir nicht, das ist keine gute Kunst, Wertverlust. Und dann hat natürlich seine Kunst nicht mehr so viel Wert erfahren. Er ist zwar trotzdem Milliardär, lebt mit seiner Frau und drei Kindern dann auch irgendwo in Großbritannien, hat dann auch mit dem Trinken aufgehört und mit dem Rauchen, weil ein Kumpel von ihm sich dann irgendwie, hat dann einen Schlaganfall, ich glaube so ein Musiker war das, hat gesagt, Uiuiui, da fühle ich mich das erste Mal jetzt wirklich auch sterblich, ich glaube, ich sollte aufhören. Lustig, dass er sich genau mit diesen Themen auch in seiner Kunst auch beschäftigt. Also man sieht dann auch eine Konkurrenz in seinem Leben mit genau den Werken, die er dann auch da darstellt. Man sieht aber auch, dass die Methode sich der Intention auch beugt. Es geht darum, diesen Dingen Ausdruck zu verleihen. Es gibt ja auch diese, was sind das, Totenköpfe mit Brillanten besetzt. Das hat ja auch irgendwie das Thema, for the love of God oder so heißt es irgendwie. Also auch wieder so diese Sterblichkeit des Menschen und über der Natur stehen zu können. Das ist so auch diese menschlichen Themen, die halt sehr, sehr tief verankert sind. Und das hat er dann einfach auch gut gemacht. Hat dann auch gezielt an russische Oligarchen verkauft, arabische Ölscheichs. Genau die Leute, die sich davon angesprochen fühlen. Also sehr gutes Zielgruppen-Marketing betrieben. Hat dann natürlich auch die Kontakte über Saatchi dann auch sich geholt. Ich meine, wenn jemand international mit mehreren Agenturen weltweit Marketing betreibt und das erfolgreich mit seinem Bruder zusammen, dann kann man davon ausgehen, dass er den ein oder anderen Menschen kennt, der eben dann auch davon mehr kaufen möchte. Weil Saatchi wäre natürlich interessiert daran, dass eben die Preise hochschnellen, weil er hat ja eine ganze Sammlung von dem Zeug. Dann will man ja, dass das teuer wird. Und dementsprechend ist es halt da, ja, ist es da dann auch so geblieben. Ich weiß nicht ganz genau, wie es dann weitergelaufen ist. Es gab dann auch so diese Punkte, so gepunktete Kunstwerke. Das Dotted Paint Art oder Pop Art hat er das dann genannt. Irgendwie sowas in der Richtung. Das wurde dann auch gerne mal geklaut. Ich glaube von Mini, dem Mini Cooper wurde das mal geklaut für eine Werbung. Das fand dann nicht so toll. Dann wurde da wieder irgendwie rechtlich gestritten. Und dann hat er irgendwie eine Zeichnung oder ein Foto genommen und das dann irgendwie als Skulptur umgesetzt. War natürlich auch nicht so toll, weil der Künstler halt da im Vorfeld auch Arbeit geleistet hat und er hat es einfach so übernommen. Schwierig, sehr, sehr schwierig, wenn man dann halt ständig mit solchen Situationen auch konfrontiert wird. Der Kunstmarkt einen nicht mehr gern hat und alle sagen, bö, 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 du hast ganz, ganz böse Kunst gemacht und das fanden wir gar nicht gut, was du über Sutterbees so veranstaltet hast. Und ja, dann bist du halt in einer Position, wo du viel Geld hast, deine Kunst aber international jetzt eher nicht mehr so an, ja, Ansehen erfährt, vor allem unter Fachkreisen, in Anführungsstrichen Fachkreisen. Aber am Ende völlig egal. Also er ist seinen Weg gegangen und er hat sich nicht rumschubsen lassen. und am Ende kann er sagen, dass er einer der wichtigsten modernen Künstler aller Zeiten ist. Also muss man schon an der Stelle sagen. Er hat viele beeinflusst und hat auch gezeigt, dass es halt auch alleine möglich ist. Und ich muss sagen, das hat mich auch dazu mit motiviert, auch den Weg so ein bisschen mir genauer, auch selber genauer anzusehen. Was ist denn möglich? Der ist es über diesen Weg gegangen. Ist es denn nicht auch über Online-Marketing möglich? Also viele Dinge, die mich auch mit inspiriert haben und die dich hoffentlich auch mit inspirieren. Also Damon Hirst, absolutes Genie auch in der Hinsicht. Und ja, ich bewundere ihn für seine Fähigkeit, das alles auch so umgesetzt zu haben. Und man kann viel von ihm lernen. Auch der zweite Künstler, von dem kann man sehr, sehr viel lernen, ist ungefähr zehn Jahre älter. Ich glaube, der ist jetzt auch so um die 60, 70 oder so. Damon Hirst ist 55, glaube ich. Und Jeff Koons ist, glaube ich, 65. Ist jetzt nicht so wohlhabend wie Damon Hirst, nur 500 Millionen Dollar. Aber man kennt ihn ja. Seine Ballonfiguren aus Edelstahl mit spiegelnden Oberflächen. Was ist das Thema? Treibendes Thema ist natürlich die Konsumkultur, Werbung, Alltagskunst. Das sind so die zentralen Themen. Ein bisschen kitschig vielleicht. Manchmal aber auch oder vor allem eben mit polarisierenden Themen wie Rasse, Sex, Geschlechter und Ansehen. All das, was unsere Konsumkultur eben ausmacht. An der Stelle halt vielleicht auch mal die Frage, was ist eigentlich kitsch? Man hört immer so, oh, das ist aber kitschig. Das gefällt mir nicht. Was genau bedeutet kitsch? Deswegen vielleicht auch für dich mal. Dann hast du auch mal ein tolles Gesprächsthema, falls du dich mit jemandem unterhältst, der von Kunst nicht besonders viel Ahnung hat und halt mit gewissen Begriffen um sich wirft. Dann kannst du ihn bloßstellen. Nein, kannst du nicht. Solltest du nicht. Aber es sollte einfach dir dabei helfen, auch zu verstehen, was genau diese Begriffe bedeuten. Was ist eigentlich kitsch? Also kitsch ist eigentlich nur ein viel zu einfacher Weg, Gefühle künstlerisch auszudrücken. Ein zu einfacher Weg, Gefühle künstlerisch auszudrücken. Wenn es zu einfach ist, dann ist es kitschig. Aber genau das hat eben auch Jeff Koons gemacht. Jeff Koons ist ja auch ein Künstler, der jetzt nicht irgendwie mit 30 angefangen hat, Kunst zu machen, sondern es ging ja sehr, sehr früh los. Er hat ja auch Kunstunterricht genommen. Sein Vater hat ihn da sehr, sehr aktiv unterstützt. Er war auch Innenausstatter, hat ein eigenes Möbelgeschäft. Dort hat auch er dann öfter ausgestellt und mit zwölf dann auch sein erstes Werk verkauft, was dann natürlich sehr, sehr bestärkend ist für so einen jungen Kerl. Und ja, war dann relativ schnell die Entscheidung getroffen. Ich will was mit Kunst zu tun haben. Hat dann auch in Museen ausgeholfen, hat dann auch sein Bachelor in Kunst gemacht, hat in MoMA gearbeitet. Also auch das Ganze mitbekommen, wie dieser ganze Betrieb auch abläuft. Dann auch die Lehrmeinung zu verstehen. Was ist denn eigentlich so diese lehrende Meinung an den Universitäten? Was genau wird da gelehrt? Und wie kann ich damit eben auch arbeiten? Ich gehe auch davon aus, dass Jeff Kunzer sehr analytisch vorgegangen ist, weil er dann später ja sechs Jahre auch an der Warenbörse als Broker tätig war. Das ist auch nicht so eine Arbeit, die man gerne so kreativ macht. Das ist Warenbörsenbroker, das ist schon Arbeit. Was macht man als Warenbörsenbroker? Also vielleicht kennst du das ja, vielleicht verstehst du, was ein Broker generell macht. Das sind eigentlich nur so Finanzdienstleister, die so zwischen dir, sag mal, du wirst irgendwie was kaufen, beispielsweise Aktien, Devisen, Waren, Strom, keine Ahnung, Rohstoffe und dann kommst du auf mich zu, ich bin dein Broker und dein Finanzdienstleister und sagst dir, du, ich will ein bisschen was von dem Zeug da kaufen. Dann sage ich, alles klar, geh hin, kauf und gib dir dann die Rechnung. Mit natürlich einer gewissen, mit einer gewissen Gebühr drauf. Und genau das machen eben diese Broker und er war eben, ja, Warenbroker. Also Warenbörsenbroker, so nennt man das, glaube ich. Sechs Jahre lang, womit? Mit Baumwolle. Also du kannst dir vorstellen, wenn jemand Baumwolle sechs Jahre lang handelt, dann hat er mit ganz anderen Persönlichkeiten zu tun, als wenn er irgendwo als Sachbearbeiter bei der Sparkasse arbeitet. Jetzt nichts gegen die Sparkasse. Also, ja. Ich habe da, ich habe ehrlich gesagt, gar keine Meinung zur Sparkasse. Deswegen, man kann sich da vorstellen, mit was für Menschen er zu tun hat. Baumwolle wird natürlich nicht einfach in kleinen Mengen produziert und gehandelt. Das wird ja in unglaublich großen Mengen rumgeschifft um die ganze Welt. Und da hast du mit sehr, sehr vielen Leuten zu tun, die halt sehr, sehr viel Geld zur Verfügung haben. Dementsprechend war es für sich halt auch eine sehr gute Möglichkeit da, dann auch Kontakte zu knüpfen und dann halt auch darauf einzugehen, was halt die Menschen toll finden. Man hat mit denen Kontakt, man geht zu denen vielleicht auch mal nach Hause, man sieht, welche Kunst auch bei denen zu Hause hängt und dann kann man sich ein Bild davon machen. Genauso wie Andy Warhol eben diese Happenings veranstaltet hat, um auch mehr darüber zu erfahren, was die Menschen auch verstehen wollen, oder er wollte mehr verstehen, was die Menschen halt interessant finden und auch in Kontakt mit denen zu kommen und halt auch zu, sie halt auch teilhaben zu lassen, auch physisch an etwas Künstlerischem. Das war dann auch so eine sehr tolle Herangehensweise auch für ihn, um sein Unterbewusstsein auch zu füttern mit genau diesen Bildern, die halt für ihn und Eindrücken, die für ihn wichtig waren, um halt großartige Kunst zu schaffen. Jeff Koons war dann halt genau in den richtigen Kreisen, aber das heißt halt auch nicht, also man sieht ja halt auch seine Werke und denkt so, oh, das ist ja easy. Gut, man muss sagen, er macht die Dinger natürlich nicht selbst. Er schickt halt die Pläne raus und lässt sie halt in Deutschland sogar, glaube ich, eine Zeit lang hat er das in Deutschland produzieren lassen, lässt diese Dinger da produzieren und dann kommen die halt zurück an den Ort, wo sie halt sein sollten und dann hast du halt diesen Kontrast zwischen diesen naiven Werken, aber dieser professionellen Fertigung. Also bei manchen Werken ist es auch so, wenn du an die Seite ein bisschen schaust, dann siehst du auch die Falten, wie du es normalerweise bei einem aufblasbaren Hund vielleicht auch hast. Und genau diese Details machen das Ganze halt dann auch so ansprechend, nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Und dazu hat er sich auch mal Unterstützung geholt von so einem Physik-Nobelpreisträger, vielleicht kennst du den, Richard Feynman. Es gibt auch die Feynman-Technik oder Technik, die kann ich dir nur empfehlen, falls du dir dann mehr darüber, falls du mehr darüber erfahren möchtest, wie du dir auch einfach mal Informationen einfach merken kannst. Da hat er so ein Modell entwickelt, wie man Konzepte einfach erklärt und damit es sich halt besser einprägt. Tolle Sache. Da hat er natürlich mit ihm auch zusammengearbeitet. Richard Feynman war halt auch so ein Rockstar. Der ist dann auch gerne mal trinken gegangen, war mit vielen Frauen unterwegs, was man von dem Physiker eigentlich nicht erwartet. Aber umso interessanter, mit dem hat er halt viel auch realisiert, viele Ideen auch umgesetzt. Und Ende der 80er Jahre ging es dann auch erstmal los, dass er sich vorgewagt hat, so in den normalen Konsum-Dschungel. Da hat er das erste Mal mit Jim Beam zusammengearbeitet, hat dann auch so eine Karaffe erstellt mit ihm zusammen und dann später auch so einen kleinen Zug oder sowas. Und der wurde dann mit Whisky gefüllt. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall ziemlich absurde Sachen mit Stella McCartney. Hat er dann auch schmuckdesignt. In den 2000ern hat er dann für sich aber dann entschieden, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Er hat sich dann zurückgezogen, Kunstbetrieb aus. Niemand wusste so wirklich, was er macht. Und dann 2007 kommt er wieder, sieben Jahre später und ist erstmal in einem Film mit Sean Penn. Ich glaube, der Film hieß Milk oder sowas. Im selben Jahr hat er dann auch für die Wiener Staatsoper ein großes Bild geschaffen. 176 Quadratmeter großes Bild für so eine Ausstellungsserie. Also da auch wieder die Aufmerksamkeit von einer ganz bestimmten Zielgruppe erreicht. Also ich hoffe, du erkennst dann auch dieses Marketingdenken dahinter, weil solche Broker sind natürlich auch sehr gut darin, menschliches Verhalten auch zu interpretieren und auch gewisse Muster zu erkennen, weil letztendlich ist es halt auch Psychologie, die da ein wichtiges Handwerkszeug dann auch darstellt als Broker. Und dann 2010 hat er dann noch mit BMW zusammengearbeitet. Da gab es dann diese 24-Stunden-Rennen von Le Mans und dazu hat BMW dann auch so ein Auto designen lassen und das wurde dann halt designt von Jeff Koons. Wir haben zwar nichts gewonnen mit dem Auto, aber es sah auf jeden Fall hübsch aus und 2012 hat er dann so ein Etikett dann auch erstellt von irgendeinem wichtigen Weingut, ja, in so ein Chateau-Rotschild oder sowas. Ja, auch wieder die richtigen Leute, ne? Du hast dann so 24 Stunden von Le Mans, da hast du auch wieder sehr, sehr wichtige Persönlichkeiten, die dann aufmerksam werden auf diese Kunst. Dann hast du wieder dieses Chateau-Rotschild. Dort sind natürlich auch sehr wohlhabende Menschen unterwegs. Da gehst du halt auch nicht hin, wenn du irgendwie nicht das Geld hast, um dir halt das Ganze erst mal zu leisten, ne? So ein Wein und das kostet ja alles über dieses Weingut, ne? Das ist ja teuer, ne? Und da ist es dann halt auch wieder die Frage, wen erreicht man damit? Und wahrscheinlich genau die Leute, die er erreichen möchte. 2013 hat er dann auch das Cover von Lady Gagas Album Art Pop erstellt. Also auch wieder den Weg mehr ins Mainstream und sah auch ziemlich cool aus. Ich finde das Album-Cover auch ziemlich schön. Und 2013 hat er irgendwas, hat er was gemacht, was mir irgendwie, weiß ich nicht, finde ich irgendwie komisch, ne? Also du erinnerst dich vielleicht an die drei Stufen der Kreativität, die ich auch mal erklärt habe. Imitation, Interpretation und Innovation. Also du beginnst am Anfang deiner Künstlerkarriere ja Dinge zu interpretieren oder zu imitieren, um halt auch diese Technik zu lernen, ne? Einfach genau so zu machen wie die großen Meister. Dann interpretierst du das neu und dann schaffst du quasi komplett etwas Neues. Innovation. Also Interpretation, immer das Hinzufügen von eigenen Elementen. Eigentlich ist ja der Jeff Koons schon lange an dem Punkt Innovation angekommen. Nur in dem Jahr hat er sich wahrscheinlich gedacht, hm, Herrn Bock, ich weiß es nicht, ich will ihm jetzt nichts unterstellen, aber es gibt halt diese Gazing Ball Serie. Das sind so, ja, das sind so blaue Kugeln, so Glaskugeln, die verspiegelt sind und dann hat er Replikas hergestellt von bekannten Werken und die dann halt zusammengefügt und die Kugel da irgendwie platziert, reingeklatscht, deine Größe und Farbe von den Kunstwerken ein bisschen verändert. Blaue Kugel rein, batz, 55.000, 90.000 Euro, sowas, um den Dreh rum. Kannst du heute noch kaufen auf arzi.net, kannst einfach mal eingeben, Jeff Koons und Gazing Ball Serie sind eigentlich nur Replikas. Das hat er abgießen lassen, zum Beispiel so, bekannte Statuen hat er abgießen lassen und dann einfach diese blaue Kugel eingefügt. Nicht mal er selbst, sondern hat es einfach erstellen lassen und die Dinger verkauft er halt, sind Replikas. Ich weiß nicht, ob das da irgendwie, ob da Karma-Gesetze dann irgendwie ihre Wirkung irgendwie ausgehe, ja, ob sie eine Wirkung hatten, so in dem Sinne, aber danach kamen halt sehr viele Urheberrechtsverletzungen, klagen auf ihn zu, die halt jetzt nicht so toll waren für ihn. Das eine oder andere hat er gewonnen, das eine oder andere hat er verloren, aber ja, wie es halt so in der Gegenwartskunst ist, manchmal hat man dann auch einfach irgendwelche Motive als Interpretation, als Inspiration dann auch vor sich und man setzt es dann um und dann hat man irgendwie das Gefühl, ja, ich habe doch eh was Neues geschaffen und dann kommt jemand auf einen zu und sagt, nee, 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 das ist genau so das, was ich halt geschaffen habe und jetzt schuldest du mir Geld. Das ist schwierig, ich finde, Kunst sollte irgendwo auch frei sein in einer gewissen Art und Weise von diesem ganzen Replikagedanke, weil ich meine, er hat ja auch bekannte Werke so neu interpretiert und dann einfach eine Kugel reingeklatscht, kann er ja machen. Wenn es die Leute annehmen und toll finden, ist doch cool, sollen sie es machen. Aber dann diese Urheberrechtsverletzungen, ich weiß nicht. Also sowas ist immer schwierig in der Kunstbranche, es ist auch nicht ganz eindeutig, was dann tatsächlich auch Urheberrechtsverletzung ist, aber ja, dafür gibt es ja dann auch gut bezahlte Anwälte. Im dritten Punkt haben wir Andrew Vicari, ich nenne es einfach mal Vicari, ich weiß nicht, ob er Vissary heißt oder Vissary oder keine Ahnung. Also der Kerl ist 95 Millionen Pfund schwer, also jetzt nicht mehr, ist leider schon verstorben, aber vielleicht kennst du ihn. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Falls du ihn nicht kennst, kein Problem. Auf jeden Fall hat der sein Geld damit verdient, einfach Porträts zu malen von berühmten Menschen. 2004 wurde er auch als wohlhabendster britischer Künstler gekürt oder zum wohlhabendsten britischen Künstler und 18. wohlhabendsten Briten im Jahr 2004. Also von dem her, gute Arbeit hat er da geleistet, klassischer Weg, natürlich früh mit Malen begonnen, Kunstwettbewerb gewonnen und so weiter. Schließlich hat er dann auch angefangen, Kunst zu studieren und irgendwann dachte er sich, nee, kein Bock mehr und hat es dann abgebrochen. Ist dann zwei Jahre lang erstmal nach Florenz und Rom, hat sich da die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, hat dann Spaß gehabt und irgendwann, ja, war das Geld aus. Und dann ist er wieder zurückgeflogen und dann hat er sich gedacht, ja, jetzt habe ich keine Kohle, ich muss irgendwie Geld verdienen, male ich doch Porträts. Ja, er kam eins zum anderen, er hatte seine eigene Ausstellung, seine Solo-Ausstellung und da sind die ein oder anderen Persönlichkeiten dann auf ihn zuge... auch, ja, aufmerksam geworden und komischerweise sind seine Werke besonders im Mittleren Osten sehr, sehr, sehr bekannt und sehr begehrt. Ja, da werden sogar drei Museen ihm gewidmet. Also, musst dir vorstellen, das ist jemand, der Porträts malt. Fast ausschließlich und dem werden drei Museen im Mittleren Osten gewidmet. Also, jetzt nochmal die Frage, kannst du mit Porträtmalerei überhaupt Geld verdienen? Der Kerl hat 95 Millionen Pfund verdient. Ja, kannst du. Ja, also das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Muss aber auch sagen, sein Erfolg liegt wahrscheinlich auch daran, dass er so der offizielle Porträteur von der saudiarabischen Regierung war und natürlich alles gemalt hat. Ja, die ganze Familie, dann wurde irgendwie ein neues Kind geboren und dann hat er das gemalt und dann zwei Jahre nochmal, weil das Kind natürlich jetzt anders aussieht und so. Und da hat er richtig gutes Geld verdient, wurde natürlich dann auch unterstützt von gewissen Personen. Er hätte das selber irgendwie, hätte sich das alles nicht finanzieren können. Aber das ist ja auch der Punkt, man muss für sich selber dann entscheiden, für wen arbeite ich, für wen möchte ich meine Kunst eben auch zugänglich machen, wem möchte ich eine Freude machen und dann ist halt sowas auch nicht besonders schlimm. Ich meine, dann bist du halt der Porträteur am saudiarabischen Hof und wenn dir das Spaß macht, dann ist es doch eine tolle Sache. Weil ich meine, auch die New York Times hat die dann irgendwann mal als Rembrandt von Riyadh genannt. Also auch schon mal eine gute Möglichkeit, da schon mal so ein bisschen die Marke spielen zu lassen. Verkaufte dann auch hin und wieder mal neue Kunstwerke und auch viele so gesammelte Kunstwerke. Letztens dann auch, ich glaube, der letzte Verkauf an den Kronprinzen Carlet oder so war in Höhe von 17 Millionen Pfund. Ja, das ist auf jeden Fall ein nettes Sümmchen. Er selbst hatte dann auch Wohnungen in Monte Carlo und auch in Riyadh. Monte Carlo kann man gut leben, da hat man auch wieder Kontakt zu genau der Zielgruppe, die man damit erreichen möchte. Aber er selber wohnt halt in Nice in Frankreich, bis er dann irgendwann mit 82 oder 81 dann gesagt hat, ich habe kein Geld mehr und zwei Jahre später ist er gestorben. Ja, ich weiß nicht. Lebemann, 83 Jahre alt geworden und ja, ist einfach nur mit Porträts ist er seinen Weg gegangen. Er hat halt berühmte Menschen porträtiert auf seine eigene Art und Weise. Du kannst gerne mal diesen Namen auch googeln. Du siehst ihn ja in der Beschreibung wie Cari oder W-I-C-A-R-I wird er geschrieben. Andrew, schau dir das einfach mal an. Toller Typ und deswegen auch für dich mal wichtig zu verstehen. Es ist wichtig, dass du deine Zielgruppe auch kennst. Dein Traumkunde ist wichtig. Und was ist deine Aufgabe? Was hast du dir als Intention dann auch gesetzt? Die Intention ist die einzige Freiheit, die du hast. Innerhalb dieser Intention kannst du dich natürlich dann ausrichten, aber der Rahmen ist fest. Diesen Rahmen musst du dir selber halt legen, weil du dann halt die Freiheit hast, dann auch die Dinge zu erreichen, die du erreichen möchtest. Das geht nicht, wenn man in seinem Handeln völlig frei ist, dann ist man eingeschränkt in dem, was für einen selbst möglich ist. Wenn man sich aber persönlich einschränkt und sich selbst einen Rahmen steckt und diesem Rahmen treu bleibt und der Zeit auch die Möglichkeit gibt, dieses Blühen deiner Karriere dann auch voranzuschreiten, wenn man ihm die Zeit halt einfach gibt, diese ganzen Arbeit dann auch eine gewisse Wirkung zu entwickeln, dann kann es halt auch passieren, dass du mit Porträts auch erfolgreich sein kannst oder du halt einfach irgendwelche Skulpturen machst oder Dinge neu interpretierst. Es ist ja völlig egal. Es ist nur wichtig, dass du für dich verstehst, was ist dir wichtig, wofür schlägt dein Herz neben der Kunst, widme diesem Thema deiner Kunst. Dann hast du wirklich sehr, sehr, sehr tolle Herangehensweise, weil das Thema dann wahrscheinlich niemals aufhört und die Kunst sich halt weiterentwickelt, genauso wie die Menschen sich weiterentwickeln, die eben sich diesem Thema widmen und fühlen dann halt immer wieder auch genau diesen Bezug zu deiner Kunst, weil das genau die Themen sind, die sie halt auch beschäftigen und so hast du sehr viele Mitstreiter, sehr viele Gefährten, die dich unterstützen und es macht dann auch wirklich Spaß, die Kunst diesem Menschen zu widmen. Man weiß, mit wem man es zu tun hat, man weiß, warum sie diese Kunst gut finden und dann ist es halt eine tolle Sache, weil ich meine, schau mal, Damien Hirst an sich, ja, warum haben diese ganzen Hedgefondsmanager das Zeug gekauft? Warum? Ja, weil sie davon ausgegangen sind, dass es morgen mehr wert ist. Genauso auch bei Jeff Koons, da wird auch viel investiert, einfach weil viele mit dem Hype mitgehen und eigentlich die Kunst nicht verstehen, weil sie halt einfach den Verstand oder den Geist vielleicht auch nicht dafür haben oder einfach auch in diese Zeit nicht investieren möchten oder keinen Bezug zu dieser emotionalen Geschichte haben, die da erzählt wird. Aber das ist auch völlig in Ordnung. Da möchte ich auch niemanden irgendwie be- oder verurteilen. Jeder hat seinen eigenen Zugang zur Kunst und das sollte jedem auch frei sein. Nur ist es halt wichtig zu verstehen, dass halt die primären Verkaufsmotive dann halt auch entscheidend sein können oder vor allem entscheidend sind bei der Wahl der eigenen Strategie und ich würde dir empfehlen, dass du Kunst machst, die dir eben auch nahe ist, deine Intentionen halt dann auch zeigt und du eine Technik dir aussuchst, die eben stimmig das wiedergeben kann, was du visuell auch darstellen möchtest für Menschen, die du als Traumkunden bezeichnest, also Menschen, die ehrliches Interesse an deiner Kunst besitzen und eben auch das notwendige Budget. Dann hast du die Schnittmenge aus dem, was euch beide interessiert. Dort verlagerst du deine Kunst, suchst nach Feedback und dann wirst du sehen, dass du Schritt für Schritt dann auch wirklich Kunst an genau diese Menschen verkaufst und dann hast du wirklich viel Spaß auch an dem Kunstverkauf, wann sich musst nicht ausstellen, musst nicht in irgendeine Galerie und so weiter. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann geh mal auf ikonenschmiede.de schrägstrich Akademie und bewirb dich heute für die Online-Marketing Akademie für Künstler und dort lernst du eben Schritt für Schritt alles, was dazu notwendig ist. Übrigens gibt es auch einmal die Woche, ne zweimal die Woche, morgen übrigens, zweimal die Woche gibt es dann auch einen Livestream, in dem ich dann auch live Fragen beantworte von Künstlern, wie du es eben bist. Eine Stunde lang nichts bleibt unbeantwortet und ein kurzer Hinweis, am 29. haben wir in unserer Ikonen-Community Gruppe auf Facebook, die ist kostenlos, unseren kostenlosen Livestream, der nur alle zwei Monate stattfindet, in dem ich live Fragen von Künstlern beantworte, also jetzt noch beitreten, Ikonen-Community und dann wirst du am Samstag um 14 bis 15 Uhr die Möglichkeit haben, mir live Fragen zu stellen. Wie gesagt, alle zwei Monate nur, also jetzt am besten gleich auf Facebook gehen und Ikonen-Community suchen, nicht Ikonen-Akademie. Diese Gruppe ist nur für zahlende Mitglieder, also gleich nach Ikonen-Community suchen und ich freue mich drauf, dich dort begrüßen zu dürfen. In dem Sinne, ich wünsche dir den Erfolg, den du dir wünschst und wenn du mehr solcher Episoden hören möchtest, in denen ich Künstler auch so ein bisschen darstelle und auch zeige und auch den Werdegang so ein bisschen in Relation setze zu dem, was ich auch hier marketingtechnisch auch vortrage, dann schreib mir unter atikonenschmiede auf Instagram oder auch einfach Themenvorschläge. In dem Sinne nochmal, ich wünsche dir den Erfolg, den du dir wünschst und wir hören uns morgen in der nächsten Episode. Bis dann. !